Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Rote Massagesessel. In diesem Test erfahren Sie, ob dieser Massagesessel wirklich hält, was er verspricht und ob er die Investition wert ist. Bleiben Sie dran, um alle wichtigen Details zu erfahren. Der Rote Massagesessel kombiniert modernste Technologien mit einem ansprechenden Design, das sich perfekt in jedes Wohnzimmer einfügt. Mit seiner SL-Spur und Zero-Gravity-Funktion bietet er eine nahezu schwerelose Massageerfahrung, die den Druck auf die Wirbelsäule und das Herz reduziert. Besonders hervorzuheben ist die 3D-Massagefunktion, die in der Lage ist, Knet-, Klopf- und Shiatsu-Massagetechniken zu simulieren. Dank des automatischen Körperscans passt sich der Sessel individuell an die Körperform des Nutzers an, was für eine maßgeschneiderte Massage sorgt. Ein echtes Highlight für alle. Die nach einem professionellen Massageerlebnis zu Hause suchen. Ein weiterer Pluspunkt des Rote Massagesessels sind die 13 voreingestellten Programme, sowie die Wärmefunktion im Lenden- und Beinbereich. Diese Kombination fördert die Durchblutung und hilft dabei, Verspannungen zu lösen. Auch die Bluetooth-Lautsprecher sind ein tolles Extra, das es Ihnen ermöglicht, während der Massage Ihre Lieblingsmusik zu hören. Besonders überzeugend ist die ausziehbare Fußstütze, die für Personen unterschiedlicher Körpergrößen geeignet ist, und die beweglichen Rollen, die das Verschieben des Sessels im Raum erleichtern. Zusammengefasst ist der Rote Massagesessel eine hervorragende Wahl für alle, die nach einem umfassenden und hochwertigen Massageerlebnis suchen. Er bietet nicht nur eine Vielzahl von Funktionen, die den Komfort erhöhen, sondern auch eine solide Verarbeitungsqualität und eine benutzerfreundliche Bedienung. Dieser Sessel ist ideal für Menschen, die regelmäßig unter Verspannungen leiden und sich etwas Gutes tun möchten. Wenn Sie auf der Sessel